. . . . Bleib bloß tot! Mal auf die Map gucken. Okay. Ein Metzer, noch ein Metzer. Schön. Oh, hier komme ich auch durch. Ach. Sieh mal, einer. Alter, hier liegt so viel Stuff. Gibt es irgendeinen Speicherraum? Scheiße. Ich habe doch keinen Platz mehr, verfluchte Kacke. Mist. Kann man die nicht irgendwie da... Das ist doch blöd. Die sind auch tot, ne? Da muss ich nochmal runter. Einmal Stuff auslagern und dann wieder hoch. Dann müssen wir nochmal auf der anderen Seite gucken, was da für ein Ding war. Ja, ja, sorry. Äh, ich dauere noch kurz. Äh. Einmal schieße Pulver. Einmal, äh, eine Messerre. Ja. Das Buch, das legen wir auch erstmal hier rein, solange ich nicht weiß, wo das Ding hingehört. Speichern. Hi, 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 hi. Speichern. Mein Auge tut weh. Aua. Dann dackeln wir mal. Ja, la, ha, ha, ha. Was ist hier drin? Huch. Ach, hier komme ich ja auch rein. Ach, hier komme ich ja auch rein. Ich sehe da rein. Ich ziehe. Schließen. Mach auf. Mach auf die Kiste. Ist ja auch wieder ein Zombie. Hm, das hört sich ja richtig geil an hier. Das hört sich ja mal richtig geil an. Hier fehlt die Kurbel. Was kommt denn das denn? Ah. Renn einfach rein in den Raum. Ah. Der Herr König. Herr König. Herr König. Da brauche ich das Buch. Ach, komm, leck mich doch. Äh. Wippensluck, oh Gott. Schön. Schöne Bescherung. Scheiße, hier brauche ich das dreckiges Buch. Äh, ja, ja. Linker. Huch. Ja. Ja. Der braucht das scheiß Buch. Mist. Na, ich wusste es. Buch. Erfüllt haben und ein Haken-Symbol tragen. Wegwerfen, indem sie Inventar wegwerfen wählen. Ach, den haben wir schon ge... Damit haben wir jetzt alle Türen geöffnet. Gut, den können wir den auch auslagern. Das ist gut zu wissen. Da geh ich nicht lang. Du kannst mich mal im Arsch lecken. Ich hol erst mal das Buch. Aber eigentlich wollte ich erst mal in den anderen Raum. Ficken. Was soll ich denn noch alles machen? Wart bloß nicht zum Zombie, mein Freund. Sonst knall ich dich ab. So. Inventar. Schließ her weg. Oh, ich kann hier einmal einen Schuh machen. Ich fahr... Ähm, ja. Ach ja, da können wir jetzt auch rein. Und das Buch nehme ich mit. Gehen wir jetzt erst links rein oder rechts rein? Ich... Komm. Wir gehen erst mal in den Waffenraum hinten. Dann gehen wir nach da oben und dann nach da oben. Ne? Das ging nach einem guten Plan. Das sehe ich genauso. Tag, Freundchen. Muss hier mal durch. Ach ja. Die Ersatztaste brauchen wir auch noch. Dann kriegen wir endlich mal mehr Inventarplatz. Karte. Tschi-ching. Geil. Nein. Ach, egal. GM97. Keine Ahnung. Aber... Nice. Munitionsart wechseln. Bam. Hm. Hm. Das gefällt mir. Ähm. Und den Ersatzkasten... Katz... 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 Didelbum. Tak. Nein. So, erst mal wieder zurück hier. Tak. Tak, Kumpadre. Halt einmal unter Tisch rum. So, einmal hier... Äh... Speichern. Mist, Alter. Jetzt haben wir da... Nur noch ein Platz. Wenn wir da noch die Brandgranaten alle mitnehmen. Und die Waffe. Nehmen die trotzdem mal mit. Das Buch, das holen wir gleich. Wir gehen erstmal oben in den anderen Raum rein. Holen uns das Artefakt da. Dieses hier... Ne? Teil da. Und dann gehen wir da drüben rein. Weil hier war ja nichts. Hä? Ach, das war er. Sicher... Sicher ist sicher. Hey, 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 hey. Ubrich, Stockwerk. Picken. Ach, du Scheiße. Hier war zu nicht. Ach, das ist sie. Alles klar. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier... Notizpolizisten hier. Das ist der Hirsch, glaube ich. Das ist Fische, Krabbe und Vase. Fisch. Fisch. Krabbe. Vase. Kutsching. Gut. Hätten wir das. Bleib liegen, sonst werde ich sauer. Und dann gehen wir da runter. Den Scheiß auslagern. Gehe ich nochmal da oben hin, weil da war ja noch eine Treppe nach oben. Gehe ich nochmal da oben. Alter! Pah, lass den Quatsch. Hab ich mich jetzt verjagt, Alter. Toll. Ist auch nix. Hä? Wozu gibt's denn das? Ach, das ist mir dann da hinten. Okay, alles klar. Alles klar, okay. Alles klar. Hm, das ist ja richtig geil hier. Was ist das? Weiß ich. Das gefällt mir aber. Das gefällt mir. Oh nee, das erinnert mich schon wieder an die Matschmonster. Ach, das ist das Engelsding. Da ist das Teil. Yes, mein Inventarplatz. Hm, zwei. Wow, das lohnt sich ja richtig. Anonymit. Watt, 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 watt zünden. Muss ihn nur noch zünden. Oh Gott. Ich bin nicht sicher, ob ich hier lang will. Oh, doch will ich. Schickschuhnreißen Schuss. Das wird sich ja alles gar nicht so geil an. Das wird sich irgendwie alles... Weiß ich nicht. Soll ich zwei solche Dinge. Soll ich schon machen. Schießpulver. Ähm. Moment mal. Sind wir hier, wo ich denke, dass wir hier sind? Jep, wir sind hier, wo ich denke, dass wir hier sind. Hm. Ah, und ich denke, dass wir hier nicht weiterkommen. David. Gut, das ist, äh, sehr gut. Wenn wir hier nicht weiterkommen, dann gehe ich hier schnell wieder weg. Oh, zap zap. Hier durch. Was könnte denn da die Kombination sein? C, D, E, F. Da ist auch. Und da. Hm. Man könnte jetzt natürlich alle Kombinationen ausprobieren. A, B, C, D, E, E, A. Man braucht halt eine Dreierkombination. Wo soll man die denn hier herkriegen? Ja, ja. sony nacken toll elliot edward sich viel pulver david eine hat medallion erhalten löwen medallion ach so das haben wir erhalten finden noch das andere aber wie soll man denn die kombination daraus kriegen setzt sich aus den namen ja ja schon klar aber hier ist ja auch so eine kombi hier ist ja auch eine kombi hier haben wir e d c b a b c d e f da haben wir das gleiche auch wieder a b c d e f m n n o p k l m n n o p k ich glaube wenn der da rein schießt da liegt es aber richtig ab a b c d e f a b c d e f m n n o p ich muss unten mal auf den schreibtischen gucken die sind auf jeden fall mns mn n o p k mn n o p k mn 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 o p k Ah, jetzt sind wir wieder hier. Tach. Keine Ahnung. Da kann ich nicht mehr landen, ne? Äh, nee. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Hm, wie kommt man in die Scheißkombination ran? Ja, mein Auge, das ist kaputt. Wie kommt man in die Scheißkombination ran? Vor allem für die Safes auch. Hier ist ein Safe. Da unten ist ein Safe. Boah, die Kombination ist halt eher so... Absolut Gainplan. Ach, Scheiße, ich hab das Buch vergessen. Ich hab das Buch vergessen. Warte mal kurz, ich hab das Buch vergessen. Ah, dann können wir auch gleich nochmal in den anderen Raum rüber. Und das C4 zünden und dann... Wecken. Dugel hier wieder in der Gegend rum. Das kann ja auch nicht wahr sein. Entschuldigung, ich schmeiß auch nochmal durch. Hallo. Ach so, warte mal. Ja, wir brauchen den Scheiß Wagenheber-Dings, damit wir das runterlassen können. Damit wir das da rüber schieben können. Können, ja genau, dass wir das alles da rüber schieben können, damit wir da lang können. Tag. Hier sieht's immer noch ekelhaft aus, weil ich nicht weiß, was das da sein soll. Ich will jetzt auch ehrlich gesagt nicht rausfinden. Da fehlt was. Bäh. Bin ich hier umsonst reingelaufen, oder? Okay, alles klar. Kein Bubbel. Das heißt, ich bin hier... Warte mal. Ach so, das war das. Ich bin hier umsonst reingelaufen. Schön. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Geil. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Dann gehen wir jetzt wieder zurück, holen uns das scheiß Buch und dann... holen wir jetzt den anderen den roten Schlüssel und dann gehen wir da mal gucken und ja, wenn ich dann... Say goodbye. Na 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 na, na 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 na, hey, say goodbye. So, Buch. Hier. Hier, zu mir. Buch, zu mir. Speichern. Das ist immer eine gute Idee. Speichern. So, und jetzt ab nach oben. Wenn man die Kombination von dem Safe knacken will, dann... Pum, 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 Pum. Puh! Toll! Ein Zepter. Ich dachte, das wäre ein Schlüssel. Jetzt ist das ein Zepter. Beschiss. Können wir hier in die Kiste reingucken? Nee. Können wir die Kiste kaputt machen? Nee. Aber die Kiste kann man kaputt machen. Ach komm, die sieht so aus, jetzt könnte man die kaputt machen. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Nee. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020